Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber in den letzten 20 Minuten habe ich mich gefühlt wie in der Volkskammer der DDR. Und ich warte darauf, dass die Grünen und die Linken irgendwann noch einen Fünfjahresplan einbringen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Bürger, Berlin befindet sich mit Höchstgeschwindigkeit auf dem Marsch zurück in das Dunkel des Sozialismus. Berufsverbote gegen oppositionelle Polizeibeamte, politische Disziplinierung von kritischen Verbänden, verfallende Straßen und Brücken, Lastenfahrräder statt moderner Autos. Immer mehr ökofaschistische Verbote, die gezielt jede Lebensfreude zerstören und den freien Bürger zu einem willenlosen Werkzeug des Staates machen sollen. Das Ziel ist die DDR 2.0, finanziert von Steuergeld der hart arbeitenden Bürger. Und damit, liebe Kollegen, sind wir beim Landeshaushalt. Kaum ein Euro in dem von Ihnen vorgelegten Entwurf wird für wirkliche Zukunftsprojekte ausgegeben. Sie investieren stattdessen Ihrem Eid zuwider in die rücksichtslose Umsetzung Ihrer ökosozialistischen Ideologie. Statt Berlin sicherer zu machen durch mehr Polizei und bessere Ausstattung der Beamten, säubern Sie die Reihen der Einsatzkräfte von Oppositionellen. Den Rest der Landesbediensteten schüchtern Sie mit der großen Faschismuskeule so lange ein, bis er nicht mehr zu widersprechen wagt. Sie beschwören Notstandsregelungen gegen das Klima. Sie unterwerfen sich dem Wahn eines 16-jährigen schwedischen Mädchens und ihren Gewinn- und Geldjährigen Hinder- und Dunkelmännern. Sie gefährden damit Arbeitsplätze und den Wohlstand der Bürger, ohne auch nur einen Hauch die Umwelt damit zu schützen. Überall wird Geld für unsinnige Projekte verschleudert. Straßenrückbau statt Verbesserung der Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer, weit überteuerte E-Busse statt Ausbau des S- und Urbahnnetzes, Kampf gegen Rechts statt Eindämmung des Linksextremismus und der fortschreitenden Islamisierung, luxuriöse Flüchtlingsheime statt Sanierung maroder Schulen, verfassungswidriger Mietendeckel statt Neubau von bezahlbaren Wohnungen. Meine Damen und Herren, anstatt mit Argus-Augen die Rechte der Steuerzahler wahrzunehmen, wird das Füllhorn über linke Klientelgruppen, wie wir gerade gehört haben, von der sogenannten Antifa bis zum regierungstreuen Kulturschaffenden ausgeschüttet. Sie alimentieren linksfaschistoide Verfassungsfeinde und machen sie zu ihren willfährigen Helfern. Da ist es kein Wunder, wenn der Berliner Senat, wie von Infratestima bestätigt, die unbeliebteste deutsche Landesregierung ist. Berliner Obdachlose müssen im Winter auf der Straße schlafen. Sie setzen damit deren Leben aufs Spiel, weil ihre Regierung sich weigert, ungenutzte, für viele Millionen Steuergelder gebaute Migrantenunterkünfte diesen armen und hilfsbedürftigen Menschen zur Verfügung zu stellen. Deutsche Rentner suchen ihr Essen in Mülltonnen und sammeln Pfandflaschen, während es ihren Goldstückgästen an nichts mangelt und sie sogar noch Geld nach Hause schicken können. Aber das alles überrascht kaum noch. Auch das der regierende Bürgermeister zum Kamikaze-Projekt Mietendeckel hier im Parlament allen Ernstes sagt, man wolle nicht im vorauseilenden Gehorsam einknicken. Und das, obwohl fünf Gutachten vor der Verfassungsfeindlichkeit der Senatspolitik warnen. Rechtsstaat, Herr Müller, geht anders. Zurecht titelt die BZ in dieser Woche, ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident, Müllerdämmerung. Müller kann nicht kämpfen und auch nicht führen. Berlins Bürgermeister schwächelt seit seinem Amtsantritt. Und wir haben das alle immer wieder sehen können, wie man ihn auf der Nase rumtanzt. Eine Bausenatorin, die nicht baut und sich die DDR wieder herbeiwünscht. Ein Justizsenator, der sich lieber um Schweinehaltung kümmert, als um ausbruchssichere Gefängnisse. Ein Innensenator, der in den Startlöchern steht und sie lieber heute als morgen beerben würde. Und im Hintergrund wetzen Ihre Kollegen von der SPD-Fraktion schon die Messer. Sehr geehrter Herr Müller, ich sage Ihnen voraus, das wird Ihr letzter Doppelhaushalt sein. Denn der sogenannte Mietendeckel steht wie ein Mietendeckel an der Wand. Sie werden damit grandios vor die Wand fahren. Rechtlich, sozial, wirtschaftlich und administrativ. Und was dann in dieser Stadt los sein wird, das kann man schon ahnen. Dann wird Bürgerfrust schnell in Bürgerwut umschlagen. Dafür sind Sie und dieser Senat dann verantwortlich. Sie selbst erklären, Berlin deattraktivieren zu wollen. Die Stadt soll wachsen, aber nicht etwa durch Leistungsträger, Ingenieure, Facharbeiter, Handwerker oder zukunftsweisende Unternehmen. Nein, Sie machen Berlin zur Stadt der Leistungsbezieher. Allen voran Wirtschaftsmigranten, meist muslimische junge Männer ohne Qualifikation oder Integrationswillen, die den Berlinern die Wohnungen wegnehmen und unsere Sozialsysteme ausbluten lassen. Anstatt mit einer Null-Toleranz-Politik auf die Bedrohungen in dieser Stadt zu reagieren, umgarnen Sie kriminelle Drogendealer. Drogendealer, die unter den Augen der vom Justizsenator entmachteten Polizisten ihr Gift in Berliner Parks an den Mann und an die Frau bringen dürfen. 191 Drogentote scheinen Ihnen immer noch nicht genug. Sie tolerieren, dass der linke Mob reihenweise Ihnen ungenehme Autos abfackelt und nennen dieses Verbrecher-Pakt dann noch Klimaaktivisten. Schämen sollten Sie sich. Sie begreifen gar nicht, dass Sie unserer Stadt so die letzten Strohhalme entreißen, an die Sie sich klammern. Schon heute ist Berlin die einzige Hauptstadt Europas, die ihrem Land auf der Tasche liegt. Normalerweise ist es andersherum. Die Hauptstadt führt das Land an. Sie ist Vorbild und wirtschaftlicher Leuchtturm. Nicht aber Berlin unter Rot-Rot-Grün. Hier flüchten die letzten großen Industrieunternehmen wie Osram oder Bosch vor ihrer wirtschaftsfeindlichen Politik. Aber insgeheim scheint Sie das auch noch zu freuen. Und es kommt Ihren kommunistischen Partnern von der viermal unbenannten SED und den grünen Öko-Kommunisten entgegen. Denn Sie hassen die Privatwirtschaft, Sie hassen Unternehmer und Sie hassen die Freiheit. Und das leben Sie aus, wo es nur möglich ist. Die wenigen Einnahmen der Stadt werden für Gender-Gaga und sozialistische Wahlgeschenke aus dem Fenster geworfen. Wie schon in der DDR wird die nächste Generation vor dem Nichts stehen. Denn Sozialismus ist kein Politikansatz, sondern ein Verbrechen an der Menschheit, wie die Geschichte eindringlich zeigt. Und die Damen und Herren der anderen Oppositionsparteien, Sie schauen gebannt zu wie das Kaninchen auf die Schlange. Statt mit uns, der neuen bürgerlich-konservativen Opposition, zusammenzuarbeiten, kuscheln Sie lieber mit dem Senat, insbesondere mit den grünen Totalversagern. Wie lange wollen Sie noch Ihre Prinzipien auf dem Altar der Anbiederung opfern? Wie lange wollen Sie diesen Irrsinn eigentlich noch tolerieren? Offensichtlich hoffen Sie, irgendwann einmal Juniorpartner in eine Regierung als Juniorpartner einsteigen zu können. Dann ändern Sie zwar nichts, aber können zumindest ein paar tapfere Parteisoldaten mit Posten versorgen. Sie sollten sich schämen, die Bürger dieser Stadt so zu verschaukeln. Meine Damen und Herren, unser Maßstab ist simpel. Er ist bürgerlich-konservativ und am Wohl der Mitte der Gesellschaft orientiert. Wir haben uns sehr viel Zeit dafür genommen, das Füllhorn des Senats zu durchleuchten, das Rot-Rot-Grün zu Lasten der Steuerzahler über die eigene Klientel ausschütten will. Über 700 Berichtsanträge und rund 400 Änderungsanträge von der AfD-Fraktion. Wir zeigen damit den Bürgern, dass wir unsere Verantwortung als Opposition sehr ernst nehmen. Wir sind beim vorliegenden Haushaltsentwurf auf ein Einsparvolumen von 1,86 Milliarden Euro gekommen. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Kollegen und Mitarbeitern meiner Fraktion. Mittel- und langfristig hat die AfD viele ehrgeizige Ziele. Unsere Vision lautet, Berlin soll von der Armutshauptstadt Europas zur Hauptstadt des Wohlstandes werden. Dazu wollen wir die Steuer und Abgabenlast der Bürger senken. Wir wollen, dass Berlin so bald wie möglich finanziell auf eigenen Beinen steht, statt in Hessen, Hamburg, Baden-Württemberg und Bayern immer wieder aufs Neue betteln zu müssen. Wir wollen eine kraftvolle und wirksame Schuldenbremse. Und erst wenn dies alles erreicht ist, dann können wir zufrieden einen Gang herunterschalten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für diese Aufmerksamkeit. Wir wollen die Scheidern, dass Berlin solle nicht alles um die Kürze zu verlieren. Wir wollen das denn auch die Kürze zu verlieren.